so laufen noch eine runde hier durch den sumpf stefan wie weit ist er? wie sieht es aus? frag nicht hast du noch genug meo berries für den restlichen tag? weiß ich nicht oh der wolf ist wieder level up, wie cool ist das denn? also ich mache beim wolf jetzt noch ein bisschen movement speed hoch leben er hat jetzt 3.500 leben der braucht locker 5000 oder 6000 wenn ich sogar noch mehr da ist jetzt beim a oder nicht eben beim t das leckte ich dachte was geht nach ja von taming bei a gerade weg quasi fast am m ok na super stimmung juhu tigira was? ha 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 aber wenn er dann erstmal uns hört dann hört er uns ha 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 auf jeden fall besser ist das besser ist das als wir noch nicht wussten dass es sinnlos ist damals bei dem normalen server war das schon cool ja wohl aber auch trotzdem noob noob direct ja ging ja damals nur bis 60 oder so auf dem server ja und war ja normale taming zeit ohne kippel da hatten wir noch kein kippel da gab es das noch nicht und wir hatten keine eule ja das stimmt auch da haben wir ja alles mit normalen meet gemacht also da war ja richtig nervig ne prime meet hat man da schon stück für stück geholt also nicht viel aber immer mal prime meet hat man geholt ok weiß ich noch oh karno level 80 der wäre was gewesen für uns hm ist er tot so da ist wieder eine schlange fick dich ja level 8 du kannst mich so jetzt bin ich gleich wieder bei dir ist noch holz im lager vorher guckst du mal bitte ist es nicht tust du mal bitte wer jetzt rein ah hier ist der level 12er dödel und ein krokodil das fresse ich auch ist drin sehr gut kann ich jetzt nämlich wieder äh prime meet braten gleich ist der wolf wieder level ab sehr schön jetzt ist der level ab du da du da day was soll man denn jetzt schon wieder nicht sagen nie darf ich was sagen das mobbing ich fühle mich in meiner meinungsfreiheit eingegrenzt so so um das mal festzuhalten wir kommen es kotzen wenn ich den den gelaber höre wir kommen es kotzen wenn ich mir das Gesicht vorstelle hehehe so jetzt hat er 4200 leben und wir erreichen noch zu sehen wenn da einfach kommt da ist doch ein karno auch was macht er denn der blöde so jetzt doch mal wirklich nicht sagen Mann So was sagt man nicht Ach Nie, glaub ich was sag Mach's aber trotzdem Fick dich Nein, natürlich nicht Mann Ja wie alles klar, lebst du noch? Ja, ja, alle, gut Ich bin gerade in der Base Du bist gerade in der Base Abkommen Ja Kennst du, oder? Hm Gut gekontert Eklig Der Wolf ist erschöpft Wenn du noch Base bist, guck mal ob die Dinos Eier gekackt haben Ja Okay Keine Eier So, guck mal wie es hier aussieht Ach, jetzt haben wir fast die Hälfte Oh, nur noch 40 Oh nein Was, der kriegt 40 Level mehr dann, oder wie? Ja Ja Weißt du, das ist ja auch nicht Ja, da ist er dann 130 Und das ist immer noch das Gürtelchef Ja Ja Ich komme gleich wieder Ja Ich bin erstmal hier beschäftigt Mit Friedmeetbraten Statt So, das kann man wegschmeißen So, perfekt Wo bist du hin, Stefan? Holst du gleich noch Narkotik mit? Michel? Na ja, der hat jetzt noch 35 Ich vermute mal, das wird eng Das kann eigentlich jemand schon Den Sattel von dem Von dem Deodorant Ja Ja Habe ich gelernt Was brauchst du dafür? Muss ich noch das Mitte gucken Ich, wenn ich hier fertig bin mit Prime Meat Braten Sag ich es dir Wollst du nicht hier hinten in der Ecke Das Bierfass entstellen? Ja, da steht aber noch gar nichts Deswegen Ich sammle jetzt erst mal Prime Meat wie ein großer Du könntest mal noch einen Räucher aufbauen, Stefan Wenn du gerade in der Basis bist Ansonsten mach ich es gleich Ich komme mal bei der andere Wolf Danke fürs Türaufmachen Ich noch es dann Oh, ich habe erst mal eine Tür gekackt Das sieht er ja nicht Ich würde dich ja fragen, ob du es einmal aus so machst Aber ich weiß, dass du es einmal aus so machst Weil du das zuhause auch machst Nur wenn du zu Besuch kommst Oh, ich wecke Nein Dilo Nee Doch Dilo Wenn du dann zurückgehst, kannst du dann ein Kibbel draus machen Na, willst du das nicht gleich machen und du hast mich bringen? Ja, schon wird er Achso Ja, schon wird er auf dem halben Weg zurück Deswegen Du sagst, du guckst ja nach Dilo Iron Ich gehe einmal vor der Tür und sehe gleich so viel Und du? Ich habe Prime Meat gesammelt Ich habe schon wieder Zehnmal gebraten Du Penner Lass mich ja in Ruhe Jetzt schlägt es auf dich Jetzt verschwindet die sich So, zwölfmal Prime Meat Siehst du, ich kann dir ja hier Ich habe ja noch ein paar Marco Berries So, ich packe dir mal hier rein So, ich packe dir mal das Dilo-Eck rein Dann Das noch ganz alt mitnehmen So, den packe ich ein bisschen Narkotik rein So, jetzt ist der Wolf voll gefüttert Sehr gut Ich habe mir mal das Bark Powder rausgenommen, gell? Genau So, ich glaube, das ist jetzt das letzte Prime Meat Genau Das war's Der Rest verdirbt jetzt alles Ganz unten das Ganz unten das geht noch Wie viele Wände braucht ihr eigentlich so circa? Alle Ja 31 Ich habe jetzt erstmal Zu wenig Ja, du kannst Also wir müssen Wir wollen ja die zweite Etage machen Ja So, da habe ich mir vorgestellt Dass wir nicht die komplette Etage machen Sondern einfach ein Feld freilassen Dass wir oben drauf rumlaufen können Dass wir auch dann Geschütze und Lampen und sowas Da hinbauen können, was, da? Hm Ähm Dann müssen wir halt die Mauer auf Sagen wir mal vier oder so, oder? Machen wir die vier? Wo hast du die Mauer? Ich habe euch jetzt nicht zugehört gerade Mauer auf vier Ja, ich mache einfach Mauer Ja, vier Mindestens Ja, da machen wir mindestens auf vier hoch Die komplette Mauer Bin gerade schon dabei auf drei zu machen So, Stefan Ich packe dir hier noch Äh Soll ich da ein paar Wände bringen, oder so? Wenn du einmal da bist Äh Ja Stefan, ich habe dir noch Fleisch ins Lager vorher gepackt Ja Ich schaffee das